hallo und herzlich willkommen bei reddog gambit ich bin heute wie oft nach dem ticket und heute habe ich das spiel match dragon ich habe mir das spiel schon heruntergeladen das läuft auch schon immer ich drücke auf start zack bin ich da und ja jetzt bin ich hier und was mache ich denn was ich so dem wir durch spielen was ist das sagt das war mit der zeit so schnell bin ich nicht einmal folge 3 machen das ist ja ein sound ich höre nichts spielen hau hau hmm Na gut. Ich habe immer noch nichts. Das ist meine Box aus. Ach meine Box war aus. Obwohl ich glaube die Box hat mittlerweile auch schon kleinen Schaden erlitten. Die geht immer automatisch laut und leise. Das ist ja die Box die ich vom Plus Deck gewonnen habe. Am für sich war ich zufrieden mit der Box. Nur jetzt macht es halt ein bisschen Probleme. Ja, schmierig. Der Sound. Na ja, was soll's. War umsonst. Also was heißt umsonst. Habe ich gewonnen. Ist auch ganz gut eigentlich. Aber ich muss gerade sagen, jetzt ist sie auch schon alt. Aber die ist nur ein Jahr alt. Das ist nicht ganz so alt für den Lautsprecher. Wie heißt der? Erdick. Shelly. Shelly. Haselnüsse. Jetzt ist der Sound wieder weg. Ach nee. Egal. Habe ich hier eine Zeitvorgabe. Die müssen da hin. Stammbild. Was ist jetzt los? Spiel abgestürzt. Ah, lustig abgestürzt. Naja, okay. Ich sag mal bis gleich. Und da bin ich wieder. Ich habe das Spiel ausgemacht. Plus Deck ausgemacht. Dann bin ich plötzlich gestartet. Gestartet. Und da war immer noch das Spiel. Den gleichen Fehler. Deswegen muss ich den Rechner immer runterfahren. Wieder hochfahren. Und hoffe, dass es jetzt klappt. Dann werden wir jetzt einmal kurz meinen Account wiederholen. Oder ist er noch da? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ist er weg, ist er da? 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 machen wir erst mal voll betreiben also er ist noch da, mein account da oben konnte ich was abholen, hab grad gesehen dann machen wir gleich, ich möchte nur jetzt einmal die runde spielen danach ich mach jetzt auch nur 3 erfolgen, ich hab grad gesehen ob das ich so viel übrig hatte oh der große Blumen war drin, nice und ein Ei war drin so, der kommt da hin da ist noch so ein Fussel hier sind die 3 Nüsse so so ach die kann ich da stehen lassen die kann ich nur nicht verkuppeln naja ist ja auch egal der verschwindet ja nicht also ich muss noch einen baum suchen so so 5 jawohl 4 pflanzen los arbeitet weiter meine drachen ein serienbonus sowohl und noch ein serienbonus leider mit der gleich fertig hier so so das habe ich jetzt noch der dann muss weg geht das so so super so 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 ok so das war's so so ja gut kostenlos kostenlos nehmen wir doch gleich mit dann oben die truhe aufmachen sammeln aufschließen und was haben wir hier noch ich muss ins camp rein fortfahren da sind die ganzen Sachen los einsam mit achso da drauf was ist das aber danke für die geschenke red duck mit den rottentrachen annehmen das besuchen dauert aber lange das ist aber das ist Das war's für heute. Die arbeiten hier und arbeiten. Das war's für heute. Was muss ich denn hier machen? Das war's für heute. Ah, hier, drei. Und hier auch drei. Da können alle schlafen. Ah, nicht alle. Hm. Den kann ich benutzen. Oh, nice. Okay. Okay. Was ist das? Geld. Hm. Hm. Ein neuer Drachen, yippie. Was ist das hier? Habe ich verkauft? Habe ich zwei solche gekriegt? Ach, ich möchte doch da hoch. Hätte mir noch nichts gebracht. 500. Boah. Und wieder ein Diamant. Das er kommt dahin. Das er kommt dahin. Der Baum, den habe ich nicht. Ich glaube, das ist hiervon die weitere Variante. Ich glaube, das ist hiervon die Variante. Da kann ich nicht. Da kann ich betrachten. Ich brauche so ein gelbes buntes Ei. Gelbes buntes Ei. Gelbes buntes Ei. Habe ich noch nicht hier. Schade. Eine Mondruhe. Hm. Fürs nächste Mal. Ach. Schlafen ist alle Drachen. Da ist ein Fragezeichen Ei. Aber das ist anders wie das hier. Das ist auch noch ein Ei. Das ist wie das Ei. Ach. Oh, hier geht's. ach so ein iPhone, warte mal das habe ich doch gesehen ach, ein Skilt weg ach der ist am bauen das ist ein bisschen spät, ich habe es mir lieber vorher durchgelesen naja das könnte ich noch schaffen, ach das dauert zu lange, gut dann würde ich mal sagen das war es für heute das habe ich hier noch, nichts, da nichts oh, fünf verschmelzen drei mal muss ich das machen, ach Mensch die wollen mich aber ärgern das 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 Oh, schon, der Baum. Ich tippe den. Punkt Nummer 3. Fertig. Die geht da alle dahin. Warum geht die dahin? Okay, der ist jetzt auch schlafen. Dann will ich noch mal kurz hier die Nachrichten anschauen. Dankeschön. Dankeschön. Ich finde das voll nett, dass ihr mich so gut unterstützt. Auch wenn ich das nur so selten spiele. Danke, Motherland. Danke, Mermarit. Wer war noch da? Cesaras Camp. Ihr seid die Besten. Und Dankeschön. Ach, das war's. Nur die drei haben gespendet. Ein Ei hat sogar gespendet. Habt ihr das gesehen? Verrückt. Ihr seid doch verrückt. Dafür noch ein Disco-Ei. Der Weg zum Ei wird immer mehr frei gemacht. Aber ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal das Spiel wieder spiele. Aber ich bedanke mich trotzdem. Gut, dann war's das. Was ist da? Das ist nur eine 3. Und da ist eine 3. Wow. Das ist nur eine 2. Und da ist eine 3. Wow. Die sind hier immer noch an Arbeiten. Meine fleißigen Dragons. Okay, dann kann ich das nochmal kaufen. Ah ne, da war's. Warte. Das sind die Eier. Ah. War ich den gekauft? Ah. Ich weiß es. Ach, hier war das. Ah. Ich brauch noch. Ein Stahl-Dingsbums. Ein Stahlbarren. Ach je. Ich muss mich schlafen gehen. Oh. Geld. Auch nice. Die Bäume müssen eigentlich hier so im Freien stehen. Weil die verlieren immer ringsherum. Das ist so Blüten dann, ne. Dann machen wir's auch. Okay, jetzt sind die Drachen aber wirklich fertig. Gut. Dann würde ich jetzt sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mir das Ticket jetzt abholen. Spiel beenden. Verlassen. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein nächstes Mal wieder seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ist denn heute schon Weihnachten? Tja. Wir werden's sehen.